Hallo, ich heiße Elko und bin Hobbyfotografin aus Deutschland. Vielen Dank, dass mein Foto 150 Finalisten von Family 2019 ist. Ich fotografiere mit einer spiegellosen Kamera der Lumix GX8 von Panasonic. Mein Foto zeigt meinen Hund und mich im Sonnenuntergang. Und da meine Haustiere für mich zur Familie gehören, finde ich, passt es auch gut in die Mission. Wenn euch mein Foto gefällt, freue ich mich natürlich sehr über eure Stimme. Ich freue mich, Teil der Agora Community zu sein. Vielen Dank und liebe Grüße aus Deutschland.